was geht leute wissen wir zurück zu einer weiteren folge let's play fall of fear ich bin hier schon lange nicht mehr wo ist seine fresse da muss er verpisst sich was ist das für ein dummes ding nicht weg rennen hier ich brauch deine ep ja flieg halt noch weiter ja 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 Ich würde da mal einen reinhauen... Gesicht... Beziehungsweise Kopf... Ehh... Ich habe einen Wunsch... Schießt doch! Oh ja, zehn Jahre nachladen. Was ist los, ist das? Wow. Oh ja, 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 ja. So viel Muni haben wir tatsächlich echt nicht, ja. Krass. Oh. Oh ja, ich bin absolut nichts. Sehr gut. Sehr gut, war auch nur Raider Psycho. Es ist kein Wunder, warum er so schnell stirbt. Oh. Oh, Leute, hier ist eine fucking... Hey. Oh, Köter. Ich bin einfach mal in der Siedlung, Dinger. Ich bin in der Siedlung. Ich bin jetzt auch nicht sicher, ob wir das wirklich brauchen werden oder nutzen werden, zum Beispiel die Siedlung, aber naja gut. Wir haben ja ein bisschen was gefunden, das können wir alles wegrollen. Ist ja nicht so das Problem. Oh, Dogmeat. Scheiß Köter. Ich hasse das. So kann man nicht zerschrotten, komischerweise, wenn ihr uns denn dehnen müsst. Das ist voll die dumme, das ist voll die komische, unnötige Siedlung. Die würde kaum ein Schwein nutzen. Oh, Lol, da geht's auch, oh, hab ich gar nicht gesehen. Lull. Ich habe trotzdem ein bisschen was gepumpt gemacht. Zu legen und so. Das geht ja auch nicht, ist klar. Ja, noch mehr Loot. Ich muss noch mal zum Verwerten. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich kann so viel nichts in der Siedlung bauen noch, aber egal. Weiter geht's. Da ist noch was. Da sowieso. Ich muss ja auch noch hier rüber, weil da ja auch noch eine Wackelpuppe glaube ich war. Und ein Heft oder so, weiß ich nicht. Und ein Haufen Meierlurks. Ich werde da nicht um meine Amor hingehen. Ich glaube auch eine Königin oder so. Und ohne Amor gehe ich da nicht hin. Safe. Scheiße. Hä? Nee. Am Arsch. Das schon die Farmer. Das schon die Farmer. Oh. 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 Oh nee. Oh nein. Geh, neunt. Hättest weglaufen sollen. Nuäh. Oh piss dich Köter! Och. Oh. Scheiß KI. Wache, ich hab' euch den Arsch gerettet. Oh. Du hast uns das Leben gerettet. Ich danke dir. Danke. Danke. Danke nochmal. Entschuldigung. Danke. Das hätte bei weitem nicht jeder getan. Verfluchte Kerle. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Verfluchte Kerle. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Toll. Ich krieg nicht mal was von dir. Gelassen. Egal. Dinger. Willi. Ist das denn fucking ernst? Komm direkt da auf das Ding zu. Schlagging Milo. Okay. Dann muss ich wieder 10er nachladen. Das ist so ein Dulli, ne? Oh, Kreis, ne? Da war die Wummel leer. Muss Cola zum Einsatz kommen. Oh Gott, ich muss mich hier. Oh Gott. Oh Gott. Alter, 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 alter. Uh... Über ... We go. ... Was ist das? Hey Digger, geh mir nicht auf den Sack, du Drecks, Teil. Piss dich. Scheiß Schlüpflinge, Alter. Super nervig. Piss doch nicht. Gott, aber bei der Burg haben wir auch noch so ein Kackviel. Alter, wie weit alles leer ist, außer für die... Oh Mann. Oh Mann. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. das ist ja nicht so, das ist nicht so sexy ah die nicht normalerweise Raider ach stimmt ja die sind alle gestorben oh egal oh geil loot geh weg stimmt die sind ja aus welch, irgendwelchen Gründen gestorben stimmt ja ich glaube da waren coole oder so drin keine ahnung gucken wir gleich einfach mal drinnen wie hoch wir im Norden sind einfach ah stimmt wir müssen auch noch auf den Dings drauf auf den Highway ich glaube das waren wir als nächstes statt erstmal hier rein zu gehen ach Köter, du schreibst mir jetzt mal auf den Sack ne oh ist das geil der gute Freeloot der gute Freeloot was wollte ich doch schon sagen Digga das ist wieder gut einfach mal so stumpf alter ja hoho lol da ist noch einer lol da ist noch einer willi willi ja Mann Woah what the fuck da muss ich auf jeden Fall gleich hin weil das ein legendäre leuchten oder das ein legendäres Item joa ja gefahr und was willst du machen er sitzt da eh fest ich nehme noch die extra damage und wätsnit kritischen treffer hier geht's hier geht's hier 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 der Knoll abgezogen aber hey ey nicht dass wir gleich ins Wasser fallen hier 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 Dafür kaufe ich da immer mit Gammel-Kahler alles ab, ey. Verkoppel und drehe meinen Scheiß an. Er ist natürlich runtergefallen, das ist nicht sein Ernst. Ich gehe mal kurz, ich gehe mal kurz, ich gehe mal kurz. Okay. Das ist hier aber auch nichts Wichtiges an. Oh, oh, oh. 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 No. Schwächere erst mal wegrotzen. So. So. Ach ja... Ach ja... Oh, ist egal... Oh, ist egal... Oh, ist ja da, komm! Hopp, hopp, hopp! Da müssen wir noch ein paar tote Raider liegen Da müssen wir noch ein paar Lüte Dort der Raider... Dort der Raider... Hier gibt es noch mehr Lüte! Ah... Danke! Moin! Vielen Dank dafür! Oh! Gar keine so verkehrte Position! Oh! 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 Warum weiß ich... Wahrscheinlich, weil das der nächste Eingang ist, um wieder noch... Draußen zu kommen... Nö! Gcon Ich wollte nicht da unten. Alter, und der nächste Version ist ganz leicht leer. Ist das wie für irgendwas? Keine Ahnung. Ich hab zu schnell gelootet, sorry. Ich will da rein, das weiß ich jetzt schon. Oh ja, dafür war der Schlüssel. Oh, ist das dämlich, ey. Fuck, hätte ich Schlossknacken, hätte ich EP für bekommen. Miese Kiese. Ich hab gerade gehörmine, ja gut. Und? Gut. Dann komm uns das Roboter mit der Hocke. Okay. 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 Da hinten, dieses Stückchen landen muss ich hin. Da jetzt links vom, nicht das Boot hier, sondern, also nicht das hier, sondern das da. Da müssen wir eine gute Power haben, dann gehen wir demnächst auch noch hin, weil da nämlich nur Wack, wo glaube ich war und eine Zeitschaft, oder nun eine Zeitschaft, auf jeden Fall brauchen wir. Würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, abonnt den Kanal, lasst ein Like da, teilt das Video, schaut in die Videobeschreibung, ne, ganz wichtig, und macht sich gut, macht's besser. Ciao mit V! Oh!